1 was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag kann alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls15 auf der mepsa alb zusammen mit dem mac manus den sachsen let's player und der werner von burning gamers hallo hallo ich fahre gerade das monstrum zum holzverladeplatz mit vier achsen ist natürlich bin ich gespannt was es mit ihnen kaufen wird wir dürfen passieren so stoppen doch mal ab jetzt ach so jetzt habe ich glaube ich ein fehler gemacht alles gut war gar nicht sicher ob der gröger aggoliner hat schnitz laufen ja das gewesen jetzt dass wir hier also ich habe gehört muss jetzt gesagt haben ja dann 10 liter und wie viel 700 ja gut aber hier steht wenn ich gas gibt eine schnittliche rote 123 ich muss halt wollen lassen das teil ist echt hardcore ich mache jetzt meine lieblingsbeschäftigung baumstümpfer abfräsen ja im bauwagen sitzen und bier trinken wahrscheinlich boah wäre jetzt auch nicht schlecht aber da ist ein monster da ist er drüber hat er gesagt ist er noch nicht immer noch was ich habe seit ich habe keine keinen so getrunken davon spinnzeit ne das gar nicht glaube wenn ich ehrlich bin okay durch diese doppelte lenke achse vorne ist er echt ziemlich schnittig um die kurven muss man sagen also machen ein sehr engen wendekreis das ist genau das richtige für den forst ja alter der bläst wow vorsicht da ist was drauf auf dem gelben ne genau der ist der war schon nice ja hat mir gerade was runtergefallen drum nein ist es nicht okay wo denn da ach da der kriegt es aber nicht der kriegt es gar nicht hin jetzt halt doch mal die fresse junge bedankt bei den scheiß hier er kriegt einfach gar nichts hin die woche naja ist sonntag ganz bisschen aus so da steht er unser 470er v8 hat er hat er hat er hübschen vor acht nein ich mein was denn der rott hier. Aber wie es macht, frage ich mich. Beide Dinge haben ja jetzt wirklich eine kleine LKW. Ja, ändert am Lenkverhalten oder an diesen dreckigen Legs ja auch nicht. Ja, aber du springst ja auch einfach mitten durch die Heide hier. Ja, ich springe. Ist klar. Was soll ich denn machen, wenn ein Standbild ist? Soll ich ein Playboy-Off machen und sagen, oh, jetzt ist er nach vorne gesprungen? Hätte ich ja verhindern können. Halt die Fresse! Junge, mit einem Scheiß-Silence-Gehäuse, Alter, dass ja deine empfindlichen Rentnerohren ja nicht kaputt gemacht werden. Nein, das hat ja damit gar nichts zu tun. Rentnerohren. Guck, wie er runterhackt. Das kann ja nur schieben. Was denn jetzt hier runterhacken? BAN! Was habe ich gesagt? Ey, das ist ja nicht normal, ey, ohne Mist. Das ist doch nicht passiert, Schilderl. Das ist ja schon Absicht, was du machst. Ja, genau. Ja, aber warum fährst du nicht ein bisschen langsam? Du hast doch Zeit. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Du wirst ja nach Stunden bezahlt. Genau. Ich war ja auch gar nicht bezahlt. Na gut. Im Großen und Ganzen. Ich schubsen, ich habe Joghurt im Ranzen. Was machen wir jetzt? So, Geld ausgegeben. Pellet Geld haben ausgegeben. Wollen wir die ganze Streichhölz mal zusammen sammeln, um das Ganze mal ein bisschen ordentlich zu gestalten hier? Ja, wir können Eventdoodle auch wieder ähm... Hexeln? Mhm. Ja, dann musst du mit dem grünen Gedöns da. Guckt euch doch mal das Gebiet an, was wir hier so unten abgewälzt haben. Das sieht doch schon richtig cool aus irgendwie, ne? Wir müssten vielleicht auch mal hier alles ein bisschen beiseite fahren. Ja, und wir sollten vielleicht schon mal für die Neuanpflanzung sorgen. Das würde ich ganz gerne noch machen, bevor der 17er kommt. Was für eine Neuanpflanzung? Ja, die kleine 17er gesetzt. Oh, lol. Er will aufforsten. Weißt du was? Den Spaß sollten wir uns machen. Hier kommen Wohnblöcke rein. Wie? Achso. Hier kommt Wohnblöcke rein. Ja, weißt ich. Das ist nicht schlecht. Der reicht nicht, Renni. Weißt du, ne? Er kann's ja trotzdem schon mal in Position bringen, oder? Kannst da? Ja. Oh. Oh, du bist hier fast rübergefahren. Ich hab grad gemerkt. Oh, oh. Ne. Der rammt einfach alles weg. Was steht's auch hier sinnlos im Weg, Renni. Warst du nicht immer der Verfestner der Ordnung und der Erben? Ja, aber der wird doch gerade beladen. Warum ihr sitzt in den Traktoren? Warum nehmt ihr nicht einfach den Traktor und fahrt das mal beiseite, bevor ihr noch zehnmal dran fahrt? Aber du doch immer der warst, der was so schlimm warst. Ach. Ja, das ist doch wirklich der Einzige, der mit reift, Renni. Ja. Ich bin der Einzige, das ist richtig. Da bin ich toll drauf. Oh, Leute. Und zack. Tino, jetzt mach die Fresse zu, oder bist du hier Moderator? Dann fang im E-Sport an. Da kannst du jede Scheiße kommentieren. Ich hab noch nie so jemanden gesehen, der so lange LS spielt und dermaßen wenig Affair, also dermaßen wenig Skill hat. Ey, oh ne Mist. Das ist wie wenn du seit zehn Jahren Counter-Strike spielst und triffst trotzdem keinen. Ah, das ist ja so die Momente einfach, die kurzen. Also, dann kannst du noch kurze Momente bevor du verbleichend wirst, so. Oh Gott, ne. Halt drauf auf die Scheiße. Ich bin fick und fertig. Okay, ich fahr den mal lieber weg hier, bevor wir den auch noch wegschmeißen können. Wollt ihr das Holz von dem, äh, gleich rein häxeln? Ja, besser ist das. Weil dann, au. Oh, sorry. Ja, rückwärtsgang geht ja nicht, dass man hier zehn Tasten drücken muss. So, na gut, dann. Oh. So, kannst du das Holz nehmen? Ja, ne. Gibt sie? Problem ist, dass dieser LKW... Warum nicht? Wenn du schon mal hier bist. Ja, richtig. Warte mal, ihr habt jetzt das. Muss das Ding leer oder was? Ne, aber ich... Hat's grad dran. Was leckt sich denn die Scheiße hier? Das leckt sich heute hier ein Rotz zusammen von diesen Drecksunternehmen, alter. Für was zahle ich eigentlich? Sechs Euro im Monat für die Scheiße? Komm, so lokale Husten, ganz ehrlich. Das ist ja auch verdammt wenig. Ja, was willst du, Namen willst du, sechs Euro für die Scheiße hier haben. Junge, da stehst du hier einen Porn-Surfer zur Verfügung. Porn-Surfer? Komm, ne. Mann, ey. Werner, wegen mir muss die Folge nicht hochladen, also. Tatsächlich, äh, hab ich sie grad beendet, im Moment. Aber nicht absichtlich. Ah, lol. Aber es ist kein Problem. Es ist, ähm, Randy ist manchmal, neigt manchmal zu cholerisch. Heute ist so ein Tag. Und ich glaube, deine Zuschauer finden das sehr, äh, finden das sehr ungewöhnlich, was grad passiert. Ist das so, ja? Was rastet denn der jetzt hier grad mit seinem Rohr, oder was? So. Achso, das ist natürlich ein Sieb-Tit-Trigger. Dann fährst du den jetzt weg und holst den anderen hier ran, welchen häckseln. Weißt du, was du meinst, Randy? Ich steh jetzt nicht da. Der Baum macht, hat sowieso grad wieder ein Eigenleben, wie man hier an dieser wunderschönen Physik sieht. Du hast einen Anhänger neben dir stehen mit Holz. Das kannst du jetzt häckseln. Mein Freund. Das, was neben mir steht, das sind richtige Stämme. Der muss ja auch irgendwo hinspritzen. Und das macht er bestimmt nicht auf den Hänger. Warte, ich bin mir ein Hänger. Können wir mal ernsthaft bleiben, danke. Ja, was machst du jetzt hier, fährst du auch gegen den Hänger, wie so ein Anfänger. Ich hab noch nie so ihn gesehen, der vor drei Jahren mit mir angefangen hat. Leute, so scheiße. Ich bring grad das Kran gedöhnt noch weg hier. Okay, alles klar. So jetzt etwas komisch mit dem, aber naja, leer wird das schon ziehen. Oh lol, geht nicht, geb ich dran. Ja, Freunde, das ist heute mal live. Ah, freu ich mich schon auf die Oberlandfolgen danach, ey. Warum? Die Ruhe und Gediegenheit. Ja? Ah, schön. So, Randy, ich bring dir jetzt sowas zum Reinspritzen und dann kannst du die loslegen. Erstmal legst du dich vor zu mir, ja. So. Da? Ah. Aber aktiviert ja trotzdem nicht. Das Rohr bleibt auf diesen LKW drauf. Welcher LKW ist denn das? Der Gelbe. Der Gelbe? Ja, na, ist hier der Heap-Triker? Ja. Dieser Heap-Triker irgendwo. Ja. Fahr mal zurück. Alter. Nee. Doch, der geht genau mit dem LKW. Ja, der geht mit dem LKW. Jetzt hat er den. Besser? Jetzt hat er den. Brauch schon. Wenn ich ihn nochmal zurückfahre, mal gucken wir mal, ob er auf dem bleibt. Müsste er. Oder nimmt er das, was näher dran ist? Oh, nee. Er kommt wieder, okay. Ja gut. Frag mich nur, warum. Frag ich mich jetzt auch gerade. Jetzt hat er die Schaufel genommen von dir. Läuft. Ach. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Brauchst du nur Holz. Achso, ja gut. Warte. Hier unten liegt noch tausende von Stämme. Ich brauche hier oben Holz. Ja, kann auch einer von denen hochholen. Von denen haben wir auch Namen, Junge. Kann auch machen sie noch Werner hochholen. Tino, lass mal die Schaufel weg, bitte. Sonst nimmt er immer die, siehst du? Ja, ich habe ja noch nichts dran. Das passt ja. Ja, ich wollte nur ein bisschen ran schieben. So, dann tun wir die Hände am besten beiseite hier, weil sonst wird das nämlich nichts. Wo haben wir denn die Seilwenden? Hinten. Alles hinten jetzt. Oh, ich weiß natürlich nicht, ob die Kleine, ich weiß nicht, wo die Kleine Seilwende ist. Deswegen, die mein dich. Da vorne steht noch ein Gewicht. Moment, lass mal gucken. Ich habe die Zeit nicht in meinem Auge, tatsächlich, weil ich den Aufnahmen habe. Alles gut. Vier Minuten. Keine Seilwende. Ich glaube, ich hatte alles woher hingeschmissen. Nee, fühlst du ja die Seilwende dran, kann das sein? Aber an dem war die Seilwende. Ja, an dem... Nein, 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 nein. An dem war die Seilwende, mit dem habe ich schluchgezogen. An diesem Deutz war ein Hänger dran. Mit dem habe ich schluchgezogen. Mit dem habe ich schluchgezogen. Aber wo ist die Seilwende? Das ist ein bisschen blöd. Komm raus. Da, hab sie. Wurde. Hier. Ah. Ja. Na, du kleines Ding. Aua. Alter, du bist jetzt umgesägt. Der hat mich beleidigt. Hat er das? Ja. Hier geblieben. Was machst du, Bernda? Wollte da gucken, was drin ist im Hänger. Aua. Was ist? Da hat er die schon was gehäxelt. Moment, 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 Moment. Äh. Ja, Moment. So. Ähm. Die Zange drehen. Wow. Okay, das war eine scheiß Idee. Warte. Besser? Na, arm zu kurz. Kann ich dir eigentlich mit dem LKW helfen? Wie sie? Ähm. Wie schon. Hier oben. Anhängst. Ich meine, mich würde es mal interessieren, was der halt bei den gelben Anhängern, bei den gelben LKW anvisiert. Das würde mich auch wundern, weil der hat keinen Tank. Naja, der hat gar nichts. Äh, dran gehen mit dem Punkt und N. Ja, Alter. Ich weiß gar nicht mehr. Wie ist es selber denn da raus? Nein. Habt ihr? Den Knie. Ich bin, hallo. Ja, nein. Bin jetzt da vor mir. Achso, äh, tschuldigung. Ich sehe dich nicht. Ja, ich sehe ihn. Jetzt ging es gerade. Oh, Werner. Yo, alles klar. Ah. Ja, kannst du losfahren. Oh, warte. Ich schaffe es hoch. Warte. Ich ziehe es hoch. Ich glaube, das schafft er nicht. Bin mir nicht sicher, ob er es schafft. Schaffe ich es? Oh, das wird knapp. Hast du alle oder? Warte mal, Rendy. Ich will es Rendy noch zeigen. Guck mal, Rendy. Das haben sie mir gerade angehängt. Was soll ich dir bringen? Kannst du das mit der Hex rennen? Ach, du. Ja, das. Ja, ich bin... Er rupt den Baumstamm noch weiter weg. Mag, dass ich, wenn du deine Stimme so erhebst, Rendy. Hä, ich erheb's nicht mal. Kannst du jemand abhängen? Ey. Ey, was ist denn das für eine Drecksfessig? Was ist denn das für eine Drecksfessig heute hier? Das ist ja Wahnsinn, ja. Ja, liebe Zuschauer. Ihr merkt, es wird Zeit für den... Oh, oh. Oh, oh. Cool, meine Liebe. Wenn es euch gefallen hat, das liegt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Schaut bei der anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Melle. Ciao. Ciao.